Herzlich Willkommen zu Rage & Run, zu einem neuen Video und es ist das erste Video im Monat Mai und das ist immer Anlass zurückzuschauen auf den letzten Monaten. Wie ist der gelaufen bei mir? Wie war der Laufmonat? Wie ist das Training gelaufen? War ich fit? Wie viele Kilometer bin ich gelaufen? Was habe ich trainiert? Etc. pp. Und da schauen wir jetzt mal genauer drauf. Gut, der April 2020 war ein guter Monat. Nach drei eher durchwachsenen Monaten im Jahr 2020 ist das tatsächlich der erste Monat gewesen, der nach Plan gelaufen ist. In zweierlei Hinsicht. Zum einen bin ich zum ersten Mal nach einem Plan gelaufen und zum anderen bin ich den ganzen Monat laufen gewesen, ohne irgendwelche Krankheiten zu haben und das war mal sehr angenehm. Ich bin 198,4 Kilometer gelaufen und heute ist der 30. April, der letzte Tag des Monats und ich habe heute Morgen noch überlegt, gehe ich noch laufen? Warum? Stand nichts im Plan. Warum? Weil die 200 noch nicht gefallen ist. Und 200 ist normalerweise für mich irgendwie so eine Zahl, die ich mal so als Monatsziel für mich persönlich ausgegeben habe. So, wenn ich 200 Kilometer im Monat schaffe, dann ist das ein guter Monat gewesen. Und da stand ich nun heute Morgen vor der Entscheidung, ja, gehe ich jetzt laufen oder lasse ich sein? Hm, und ich habe es tatsächlich sein lassen. Ich bin sehr stolz auf mich, weil ich das gemacht habe, weil ich, ja, weil es mir quasi egal war, ob ich jetzt da 200 oder 198 stehen hatte. Und da würde mich mal interessieren, wie es bei euch aussieht. Müsst ihr solche Zahlen, müsst ihr euren Plan unbedingt voll machen oder ist euch das egal? Ja, das würde mich mal sehr interessieren, weil ich normalerweise echt da so ein bisschen hinterher bin, dass ich diese Zahlen, die Zahlen gehen mir da nicht aus dem Kopf. Gut, auf die Details gehe ich gleich ein. Ich möchte darüber hinaus nochmal darauf eingehen, wie das mit der Herzratenvariabilität diesen Monat gelaufen ist. Da hatten wir vor kurzem ein Video hier bei Rage & Run, wo ich das so ein bisschen vorgestellt habe, worum es da geht. Und ich muss sagen, das hat mir für diesen Monat schon ganz gut geholfen. Ich würde jetzt sagen, als erstes, ach, zum Schluss habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp. Wir schauen vielleicht als erstes mal auf die Zahlen und da gucke ich hier in den Computer rein. Vielleicht mal ganz interessant. Hier, das ist der ganze Monat, die ganzen Einheiten, die ich gelaufen bin. Bei Runalyze, da finde ich, hat man immer eine ganz gute Übersicht. Und vielleicht schauen wir erstmal nochmal in den März rein, weil ich da, man sieht, hier ist eine größere Pause zwischen dem 20. und 29.03. Und dann bin ich wieder mit dem Training eingestiegen. Ich hatte irgendwie einen 7-Kilometer-Lauf als erstes, der sehr quälend war. Und an dem Tag danach habe ich mich eigentlich ziemlich gut gefühlt und dachte, okay, jetzt komm, ich gehe mal laufen. Gehe wirklich nur nach Spaß laufen und bin richtig flott gelaufen. Was mir total gut getan hat, was aber auch total anstrengend war. Ja, wie man hier sieht, irgendwie 87% durchschnittliche Herzfrequenz, das ist schon ziemlich viel. Und die Garmin-Uhr schlägt halt immer Erholungszeiten vor und da sind hier 72 Stunden vorgeschlagen, was ziemlich viel ist. Was normalerweise nicht sein sollte, nach einer Trainingseinheit. Gut, dann schauen wir in den März, habe dann zwei Tage Pause gemacht, habe dann nochmal einen relativ schnellen Dauerlauf hinterher gemacht. Weiß ich auch nicht, wieso. Ich hatte irgendwie oder hatte das Gefühl, dass ich erstmal nach Lust und Laune laufen möchte und dass es einfach Spaß machen sollte. Und ja, für mich war das einfach in dem Fall schnell zu laufen. Und danach bin ich tatsächlich dann mal in den Vernunftmodus gegangen und habe das Tempo komplett runtergeschraubt. Also man kann das hier sehen. 6,10er Pace, 5,49er Pace, durchschnittliche Herzfrequenz von 66 bzw. 68% und das habe ich so weitergemacht. Den Dienstag bin ich zum ersten Mal wieder eine Laufeinheit aus dem Vereinstraining gelaufen. Wir können uns natürlich nicht treffen auf dem Platz, aber tauschen zumindest die Trainingseinheiten mit dem Trainer aus, sodass wir dann quasi was vorgeschrieben bekommen, was wir laufen. Und das habe ich gemacht, das ging ganz gut. Und dann bin ich eigentlich nach einem bestimmten Plan gelaufen und das zeige ich euch mal jetzt. Das ist nämlich hier bei dem HRV4Training. Das ist, was ich euch beim letzten Mal auch schon gezeigt habe, das Programm, mit dem ich die Herzratenvariabilität messe. Und das hat in der Webversion halt unter anderem auch eine Trainingsplanfunktion. Und die habe ich einfach mal genutzt. Ich habe gesagt, ich möchte im Juli einen Lauf absolvieren und dafür möchte ich gerne einen Trainingsplan mit drei bis vier Einheiten die Woche, also relativ piano. Und ja, dann ist mir der da zusammengestellt worden. Das hat das Programm selber gemacht. Und den laufe ich jetzt. Und den bin ich dann tatsächlich den ganzen April, habe ich dem befolgt. Das hat auch ganz gut funktioniert. Das Schöne ist, man bekommt halt direkt eine Rückmeldung auf seine Herzratenvariabilität, wo man dann gesagt bekommt, okay, heute wäre eigentlich eine harte Einheit, lass die lieber weg, tauscht beispielsweise mit morgen. Das fand ich sehr angenehm und das habe ich, glaube ich, ein oder zwei Mal auch gemacht, wo wir bei Herzratenvariabilität sind. Wir können hier mal einmal ins Dashboard reinschauen. Da sieht man noch nicht so viel. Ich schaue nochmal hier in die Overview. So, und da sieht man hier, dass die Werte eigentlich sehr, sehr gut waren, bevor ich mit dem Training eingestiegen bin, beziehungsweise bevor ich überhaupt mit dem Laufen wieder angefangen habe, so Ende März. Und dass die dann hier runtergehen. Und dass die sich dann halt auf so einem gewissen Level halt eingependelt haben, je nachdem, wie intensiv die Einheit dann war. Ich habe hier so ein paar rote Balken drin, speziell in den ersten anderthalb Wochen, wo mir das Programm quasi gesagt hat, so okay, dein Körper ist eigentlich ganz schön müde. Schau mal, was du machst. Und das Gute war halt, dass halt sehr schnell eine Erholungswoche im Trainingsplan gekommen ist, sodass man hier halt sehen konnte, okay, wir befinden uns jetzt mit den Variabilitätsraten in einem normalen Bereich. Und das ist eigentlich den Rest des Monats eigentlich auch sehr gut gelaufen, sodass ich mir da eigentlich nie Sorgen gemacht habe, dass ich zu viel mache, zu wenig sowieso nicht. Ich bin eigentlich immer, schauen wir mal nochmal, genau, hier die zweite Woche, also zweieinhalb der Woche, waren nur drei Einheiten. Dann waren es vier Einheiten, diese Woche waren es bisher drei Einheiten. Jetzt ist der Monat halt vorbei und ich finde, das ist irgendwie ein ganz gutes Maß gewesen für den April, um wieder reinzukommen. Wenn man es in der Summe sieht, zu den Monaten davor, dann ist es eigentlich eine ziemlich harte Steigerung. Also es ist eine Steigerung von 224 Prozent, kann man hier halt auch in der Übersicht sehen, gegenüber dem März. Im Februar bin ich nur knapp 55 Kilometer gelaufen. Ich bin das aber immer so ein bisschen mit dem Hintergrund gelaufen, dass 200 Kilometer für mich okay ist, dass ich fit bin, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass ich irgendwelche Infekte oder so habe und dementsprechend war die Steigerung auch okay. Ganz spannend dazu, ich habe mir heute noch, gestern oder heute noch einen Podcast angehört, Run for PRs heißt der, den verlinke ich auch nochmal. Da ging es um Übertraining. Immune Suppression and Overtraining heißt die Episode vom 29. April 2020, wo es darum geht, was mit dem Körper passiert, wenn man vielleicht die Kilometerumfänge zu sehr steigert, sich zu sehr stresst, den Körper zu sehr stresst, dass das zu einem Übertraining führen kann und dadurch das Immunsystem halt geschwächt wird, was ja in der jetzigen Situation vielleicht nicht gerade das Beste ist. Das war nochmal sehr spannend, sich das anzuhören und auch nochmal eine Bestätigung zu bekommen. Okay, lass gut sein und lass es vielleicht auch in der Zukunft öfter mal gut sein, baue nochmal eine Regenerationswoche ein, du musst jetzt keine Wettkämpfe laufen oder dergleichen. Also lass ruhiger angehen, mach mal lieber eine Einheit weniger in der Woche, das ist in der Regel eher besser für dich. Wie gesagt, den Podcast verlinke ich, den wollte ich eigentlich erst zum Schluss da reinpacken. Vielleicht sind wir aber auch schon beim Schluss. Ich glaube nämlich fast ja. Genau, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Ziel ist es halt so ein polarisiertes Training zu haben und 80% unter dieser 75% durchschnittlichen Herzfrequenz zu laufen und 20% halt im moderaten bis High Intensity Bereich zu laufen, also hohe Intensität. Und das mit den 80% hat schon ganz gut geklappt. Ich schaue mal hier kurz eben in die Statistik, genau. Also man sieht hier in der Übersicht, man kann hier bei HRV for Training auch angeben, dass bis 127 ist es halt in diesem bis 75% durchschnittliche Herzfrequenz. Und über 147 ist bei mir halt in der hohen Intensität und der rechnet dann halt die Trainingseinheiten quasi durch und sagt dir, okay, du bist jetzt bei mir in dem Fall 78% mit einer niedrigen Intensität gelaufen, 16% moderat und 6% hoch. Und mit der niedrigen Intensität bin ich sehr zufrieden. Das habe ich die letzten Monate nicht geschafft, weil ich halt immer diese Infekte gehabt habe. Das war schon sehr gut, also knapp an die 80%. Man könnte jetzt nochmal verschieben von moderat zu hoch, dass das halt mehr in den hohen Bereich, mehr qualitative Workouts, mehr qualitative Läufe im hohen Intensitätsbereich hat. Das wäre nochmal ganz gut. Das ist was, was man in den nächsten Monaten nochmal optimieren kann. Gut, ich glaube, das war es erstmal. Es ist so ein bisschen in die Tiefe gegangen. Ich hoffe, ihr habt nochmal so einen kleinen Einblick in mein Training bekommen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen. Es sind ein paar Abonnenten jetzt im letzten Monat dazugekommen. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Und derzeit kann ich sie noch persönlich mit Handschlag begrüßen. Ich hoffe, es wird vielleicht demnächst noch ein bisschen mehr. Und genau, wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Schreibt doch auch nochmal in die Kommentare, wie viele Kilometer ihr gelaufen seid. Und mich würde interessieren, wie das mit den Zahlen ist. Wenn ihr 198 Kilometer gelaufen seid, müsst ihr die 200 voll machen oder ist euch das scheißegal? Also macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Schreib nicht. Schreib nicht. Schreib nicht. Vielen Dank.